Hi, in diesem Video vergleiche ich für dich 7 der derzeit besten Benzinrasenmäher. Aufgeteilt sind sie in zwei Preisklassen. Erstens Benzinrasenmäher unter 300 Euro und zweitens Benzinrasenmäher über 300 Euro bis maximal 600 Euro. Ich arbeite mit diesen Preiskategorien, da die Preise für diese Produkte sich täglich ändern können. Alle vorgestellten Produkte und genannten Angebote verlinke ich dir aber auch nochmal in der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar. Dort kannst du die aktuellen Preise und Angebote selbst überprüfen. Nach jeder Kategorie bekommst du von mir eine Vergleichstabelle, auf der du die Eigenschaften und technischen Details vergleichen kannst. Lass uns mit den Benzinrasenmähern unter 300 Euro beginnen, die für die meisten Gärten vollkommen ausreichen. Nummer 1 ist der Fuchstech FXRM4180. Der Fuchstech Benzinrasenmäher ist kompakt, leicht und wendig und ideal für kleine bis mittelgroße Gärten. Er hat einen kräftigen Viertaktmotor, der genug Leistung bietet, um auch bei dichtem und hohem Gras ein sauberes Schnittbild hinzubekommen. Die Schnittbreite von 40,6 cm und die dreistufige Verstellung der Schnitthöhe zwischen 25 und 55 mm ermöglichen ein gutes Mähergebnis. Der Grasfangkorb hat eine Kapazität von 45 Litern und kann sehr leicht abgenommen werden. Der Rasenmäher ist mit seinem leichten und kompakten Gewicht von 18 kg ideal zum Rangieren, besonders in verwinkelten Räumen. Das starke Kunststoffgehäuse in schwarz reduziert das Eigengewicht und erleichtert das Schieben beim Mähen. Er ist mit einem Seilzugstarter ausgestattet und verwendet bleifreies Benzin. Der Mäher hat keinen Selbstantrieb, das heißt du musst ihn vollständig schieben, aber sein geringes Gewicht macht es einfach zu manövrieren. Insgesamt ist der Fuchstech der günstigste Rasenmäher im Vergleich und ist ein ideales Einsteigermodell. Nummer 2 ist der Einhell GC-PM402S. Der Einhell Benzinrasenmäher kann bis zu 1000 Quadratmeter große Rasenflächen pflegen. Mit seinem Viertaktverbrennungsmotor ist er auf jede Herausforderung vorbereitet. Der Mäher hat eine Schnittbreite von 40 cm und kann die Schnitthöhe in 7 Stufen von 25 bis 75 mm einstellen, um ihn an deinen Rasen anzupassen. Der abschaltbare Hinterradantrieb ermöglicht es dir, selbst zu entscheiden, wann und ob zusätzliche Kraft benötigt wird. Das stabile Kunststoffgehäuse besticht durch seine Wendigkeit und sein geringes Gewicht für eine gute Manövrierfähigkeit. Der ergonomische, klappbare Führungsholm erleichtert die Arbeit und das anschließende Verstauen des Mähers. Der Grasfangkorb kann 45 Liter fassen und ist mit einer Anzeige für den Füllstand und zwei Griffen zum einfachen Entleeren ausgestattet. Insgesamt ist es ein sehr zuverlässiger Benzinrasenmäher zu einem bezahlbaren Preis. Viele Kunden empfinden das Preis-Leistungs-Verhältnis für sehr gut. Nummer 3 ist der Murray EQ2300. Der kompakte Murray Rasenmäher wird von einem Bricks & Stratton 300E Motor angetrieben. Dieser Motor setzt weltweit den Maßstab für die Leistung von Benzinrasenmähern. Er eignet sich perfekt für kleine bis mittelgroße Rasenflächen. Ausgestattet ist er mit einem robusten Stahlmäherdeck von 42 cm Breite und einem Softsack mit einer Kapazität von 45 Litern. Du kannst den Grasschnitt entweder im Grasfänger auffangen oder über den Heckauswurf entsorgen. Das Mähdeck verfügt über 6 Positionen für Schnitthöhen von 25 bis 75 mm. Er hat auch einen ergonomischen Führungsholm, der leicht zusammenklappbar ist, um beim Verstauen Platz zu sparen. Insgesamt ist das Murray Modell die zweite Generation der EQ2300er Serie und seit gut einem Jahr auf dem Markt. Er überzeugt durch einen sehr guten Motor und ist auf eine hohe Langlebigkeit ausgelegt. Bei Amazon gibt es Stand jetzt einen 10% Rabattcode und ist nirgendwo günstiger zu bekommen. Das Angebot verlinke ich dir unter dem Video. Nummer 4 ist der Craftfull CR19610. Er ist ein sehr hochwertiger Benzinrasenmäher mit einem leistungsstarken Motor und erfüllt die Euro5 Abgasnorm. Mit seinem Selbstantrieb und dem GT Leichtlaufgetriebe kommst du zuverlässig in jede Ecke deines Gartens. Der Rasenmäher bietet 5 Funktionen. Mähen, Mulchen, Häckseln, Fangen und Auswerfen. Die Schnitthöhe ist von 25 bis 75 mm in 8 Stufen verstellbar und die Schnittbreite beträgt 53 cm. Der Craftfullmäher verfügt über einen großen Fangkorb mit einem Gesamtvolumen von 62 Litern und einer Füllstandsanzeige, durch die du nie die Übersicht über die Füllmenge verlierst. Er ist außerdem mit einem Easy Clean Wasseranschluss ausgestattet, der die Reinigung des Mähwerks erleichtert. Die Big Wheel Räder sorgen für eine leichte Steuerung und das Gerät kann nach der Arbeit zusammengeklappt und platzsparend verstaut werden. Als einzigartiges Feature bietet der Rasenmäher zwei praktische Getränkehalter, damit du während der Gartenarbeit immer ein Getränk griffbereit hast. Insgesamt bekommst du hier einen sehr hochwertigen Allrounder und am günstigsten bekommst du ihn beim Hersteller selbst. Auch das Angebot verlinke ich dir. Hier siehst du die erste Vergleichstabelle der Benzinrasenmäher unter 300 Euro. Pausiere gerne an der Stelle das Video, wenn du sie in Ruhe miteinander vergleichen willst. Kommen wir zur Kategorie Benzinrasenmäher über 300 Euro. Nummer 5 ist der Einhell GC PM56 2S HW. Der Einhell Rasenmäher ist modern und zuverlässig. Dabei ist er sehr gut für große Gärten bis 2200 Quadratmeter geeignet. Er ist mit einem Einzylinder Einhell Viertaktmotor ausgestattet und hat einen abschaltbaren Hinterradantrieb mit GT Markengetriebe. Er bietet vielseitige Funktionen wie Mähen, Mulchen, Seitenauswurf, Deflektor-Hackauswurf und Fang. Das innovative Einhell Quickstart System ermöglicht einen mühelosen Start, denn der Seilzug ist direkt an dem Führungsholm angebracht. Das Metallmähdeck wurde besonders störungsoptimiert konstruiert und erzeugt einen starken Sog, der das Gras vor dem Schneiden aufrichtet. Die 6-fach einstellbare zentrale Schnitthöhenverstellung ermöglicht eine sehr einfache Einstellung der Arbeitshöhe. Der große Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige und zwei Griffen fasst bis zu 80 Liter Schnittgut. Dank des Einhell Holm Konzepts inklusive Reinigungs- und Lagerposition kann dieser in der Höhe dreifach verstellt und platzsparend eingeklappt werden. Der zusätzliche Softgrip und die integrierten Tragegriffe ermöglichen dir jederzeit eine komfortable Bedienung und einen leichten Transport. Insgesamt bekommst du mit dem Einhell ein Topmodell zu einem sehr guten Preis. Perfekt für große Gärten. Nummer 6 ist der Craftfull Premium Benzinrasenmäher CR22420. Der Craftfull ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Gartengerät. Er ist mit einem starken Motor ausgestattet und erfüllt wie sein eben vorgestellter kleiner Bruder die Euro 5 Abgasnorm. Dieser Rasenmäher bietet die 5 Funktionen Mähen, Mulchen, Häckseln, Seitenauswurf und Heckauswurf. Die Schnitthöhe lässt sich in 8 Stufen von 30 bis 80 Millimetern verstellen. Sein GT Leichtlaufgetriebe sorgt für einen gleichmäßigen Selbstantrieb. Außerdem hat er einen großen Fangkorb mit einem Volumen von 62 Litern und eine Füllstandsanzeige. Die Big Wheel Räder sorgen für eine gute Geländegängigkeit und erleichtern das Manövrieren. Dank der Easy Clean Funktion kannst du auch hier einen Gartenschlauch an das Gerät anschließen und das Mähwerk so einfach reinigen. Nach getaner Arbeit lässt er sich platzsparend zusammenklappen. Wie das andere Craftfull Modell hat er verstellbare Bügel und zwei Getränkehalter. Er ist aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt und bietet eine Schnittbreite von 56 Zentimetern. Insgesamt bekommst du mit dem Rasenmäher ein robustes und zuverlässiges Gerät für die Gartenpflege. Am günstigsten bekommst du ihn derzeit auch beim Hersteller selbst. Auch das Angebot verlinke ich dir natürlich in der Videobeschreibung. Nummer 7 und der letzte Benzinrasenmäher im Vergleich ist der Scheppach SM 225-53E. Der Scheppach ist ein leistungsstarkes Gartengerät, das sich ideal für große Gärten eignet. Mit einer Schnittbreite von 53 Zentimetern und einem zuschaltbaren Radantrieb ermöglicht er dir ein einfaches und effizientes Mähen. Der 65 Liter Fangkorb ist robust und ist auch mit einer Füllstandsanzeige ausgestattet. Zusätzlich bietet der Rasenmäher eine Mulchfunktion und eine siebenfache Schnitthöhenverstellung, die eine professionelle Rasenpflege ermöglichen. Er ist mit einem Elektrostarter ausgestattet, der durch einen aufladbaren Lithiumakku betrieben wird. Ein weiteres Highlight ist das professionelle GT-Getriebe, das für ein extra hohes Drehmoment und eine besonders hohe Leistung sorgt. Der Rasenmäher verfügt außerdem über eine integrierte Reinigungsfunktion, die eine schnelle und einfache Reinigung ermöglicht. Der doppelt klappbare Handgriff bietet eine einfache und extrem platzsparende Lagerung. Du kannst ihn beim Hersteller optional als B-Ware kaufen. Dort bekommst du ihn aber auch als Neuware am günstigsten. Das Angebot findest du unter dem Video. Hier siehst du die zweite Vergleichstabelle mit den Benzinrasenmähern über 300 Euro. Pausiere auch hier gerne ein letztes Mal das Video, wenn du sie in Ruhe vergleichen möchtest. Falls ich dir eine Produktübersicht bieten konnte, freue ich mich über ein Feedback von dir. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall viele schöne Tage im Sommer in deinem Garten und wenn du willst, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute!